Moin, wieder aus meiner Werkstatt. Ja, heute geht es wieder um ein Verbindungsvideo. Ein Video, was für den einen oder anderen sicherlich interessant sein wird oder ich hoffe natürlich für viele interessant sein wird. Um was für ein Video dreht es sich heute? Es wird ein Video, wo es darum geht, eine Verbindung herzustellen, die sich wieder lösen lässt und das ist für den einen oder anderen sicherlich sehr interessant und ich meine jetzt nicht von lösen lässt, dass ich mit einer Schraube was reindrehe und die Schraube wieder rausdrehe oder irgendein Hilfsmittel brauche, was ich dann durch irgendein anderen Hilfsmittel wie zum Beispiel einen Schraubendreher wieder auseinanderkriege. Nein, heute geht es um eine Verbindung, die wirklich zusammengesteckt wird, regelrecht einrastet und man auch mit ohne Werkzeug wieder lösen kann. Dazu muss ich sagen, das kann vielleicht dann nicht jeder wieder lösen, das ist wohl wahr, weil man da ein bisschen Kraft braucht in der Hand, um das Ganze zu lösen, weil es muss ja auch stramm sein und vernünftig fest sitzen. Da könnten also Kinder Probleme mitkriegen oder zierliche Frauen bzw. zierliche Männer, die nicht wirklich Gewalt in den Händen haben, diese Verbindung wieder zu öffnen. Es ist eine sehr schöne Verbindung und ich freue mich auch schon drauf, die euch gleich zu zeigen und dass wir die gleich zusammenbauen. Ich habe sie natürlich als Muster im Echtholz ausprobiert, im Echtholz hält sie sehr gut. Die Variante, die wir heute machen, sieht ein wenig anders aus als die, die ich als Muster für mich gemacht habe. Man muss ja auch erst mal gucken, ob das Ganze so funktioniert, was man sich da so vorstellt. Und ja, ich muss sagen, was ich mir da so zurecht getüftelt habe, das passt und geht auch. Und ich bin gespannt, ob das auch am Plattenwerkstoff sich so bewährt. Und das werde ich heute mal ausprobieren. Heute werde ich diese Verbindung also am Multiplex ausprobieren. Sie wird auch ein wenig, vielleicht ein wenig anders aussehen als die, die ich jetzt euch jetzt kurz zeige, also mein Musterstück. Wir haben also zwei Löcher, bitte nur die da oben beachten. Und wir haben das Gegenstück, es sieht so aus, ein bisschen größer wie eine Stimmengabel, ist hier aber wie so ein, ja, wie so ein Pfeil, möchte ich sagen, angespitzt, angeschnitten. Und jetzt, wer ein bisschen denken kann, weiß, wie das Prinzip wahrscheinlich funktionieren wird. Und zwar rutscht diese Verbindung jetzt in diese beiden Löcher und zwar stramm. Das heißt, man kriegt die so nicht rein. Man muss hier ein wenig Druck aufüben. So, ihr seht schon, dann wird es vorne ein bisschen schmäler. Und das meinte ich gerade, das ist nicht leicht. Ich meine, ich habe jetzt sehr viel Gewalt in den Fingern. Und dann kann ich das ohne Probleme zusammendrücken, kann es dann durch die passenden Löcher führen und ihr könnt hören, wie es dann einrastet. Ja, wenn ich es mal bloß so, und jetzt, ich werde es euch mal zeigen, es steckt schon so fest. Und wenn ich jetzt hier, ihr habt es gehört, durch diesen Druck, der da entsteht, durch diese Kallwirkung, kallt sich das Ganze dann selbstständig fest. Ja. Wie gesagt, das hier ist meine Musterverbindung. So sieht sie aus. Und die habe ich jetzt im Kopf schon wieder umgeändert. Ja. Weil es hier so ein paar Dinge gab, die mir nicht so gefallen. Dies hier würde ich gerne rund machen. Das hier natürlich rund, so wie dieser Mittelsteg. Dann hier die Kanten schön abfräsen, damit das rund ist. Weil wenn ich sie wieder auseinandernehme, wofür die Verbindung ja gedacht ist, soll es auch ein bisschen angenehm sein, damit ich es wieder zusammendrücken kann. Ja. Also das war so der Grundgedanke. Das Ganze mache ich aber aus dem Plattenwerkstoff. Also jetzt nicht. Ihr seht ja, im Echtholz geht es auch. Natürlich kommt es ein bisschen auf die Holzart an. Ob ich jetzt bloß Fichte nehme oder Kiefer oder ein anderes Holz. Alleine auch schon deswegen hier, wegen dem Zusammendrücken. Vielleicht muss man dann die Länge der Gabel, möchte ich mal sagen, noch ein bisschen verlängern, um das Ganze ein bisschen besser zusammendrücken zu können. Weil ein Hartholz sicherlich nicht so einfach sich zusammendrücken lässt wie Kiefer. Ja. Das soll sie sein, die Verbindung, die wir heute basteln. Wie ihr seht, passt sie so nicht ins Loch. Man muss wirklich aktiv das zusammendrücken, bis diese beiden Keile in dem Loch verschwunden sind. Und jetzt alleine durch die Keilwirkung, die wir da oben angeschliffen haben, können wir das Prinzip also zusammenstecken. Und es geht sofort in seine Ursprungsform zurück und kalt sich somit also fest. Ja. Die Frage ist, wo kann man so eine Verbindung benutzen oder gebrauchen? Da fragt ihr mich schon wieder zu viel. Kommt halt auf die Situation an. Was ich mir gut vorstellen kann, vielleicht, um einen Tisch zusammenzustecken. Da denke ich so ein bisschen an den Möbelbau hinsichtlich Camping zum Beispiel. Ich brauche das Material für ein paar Tage und danach möchte ich es wieder gerne klein, möglichst klein verstauen. Ja. Also wir können hier in der Tat lange Hölzer über gewisse Länge super verbinden. Ja. Und können sie aber auch ohne Werkzeug wieder auseinandernehmen. Also ihr seht schon, auch ich brauche da schön Gewalt, um das da wieder auseinanderzunehmen. Zusammenstecken ist gar kein Problem. Man führt eigentlich nur die beiden Keile halt in das Loch hinein und steckt es dann zusammen. Ja. Und schon rastet das Ganze wieder sehr formstabil ein. Das ist sehr fest. Und das Ganze machen wir heute mal im Plattenbau und zeige euch genau, wie ich das hier aufzeichne und woran man denken sollte. Ja. 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 Jetzt muss ich eben mein Tee zu Ende machen. Heute habe ich mal einen klassischen Tee gemacht. Schön Thiele Tee. Ja. Mit Tee-Ei sagt man dazu bei uns. Ein Tee-Ei oder ein Tee-Sieb. Aber es kann sämtliche Formen annehmen. So ein Tee-Ei. Und dann hat man seinen Becher Tee. Schön werde ich mal. Wie ist meine Laune heute? Könnt ihr jetzt auch seit neuestem an meine Bechern ablesen. Meine Laune. Heute ist meine Laune recht gut, weil ich wieder ein Video drehen darf und von daher freue ich mich schon, das mit euch zu gestalten. Ja. Da ist sie, die lösende Verbindung. Für den einen oder anderen vielleicht eine sehr praktikable Lösung für irgendein Problem beim Camping oder beim Gartenmöbelbau vielleicht. Es muss ja nicht in dieser Dimension bleiben. Es kann ja auch viel größere Dimensionen annehmen, wo man dann halt vielleicht auch mal einen Tisch auseinander nimmt. Das kann ich mir auch gut vorstellen als Tisch. Zwischensprosse unten zwischen den beiden Beinen, wo man das dann einrastet, klack, klack. Und wenn man den Tisch wieder auseinander nehmen will, kann man halt hier diese Verbindung lösen, nimmt den Stabilisator zwischen weg und kann dann die Beine wegklappen. Oder lasst euch da einfallen, was ihr wollt, wo ihr diese Verbindung nutzen wollt. Ja. Dann habe ich überlegt, vielleicht auch für ein, ähm, sagt dem Gästebett, in etwas größerer Form natürlich, dass man Gästebett auf diese Art und Weise schnell zusammensteckt, irgendwo hinstellt und dann kann halt der Besuch dann nächtigen und man steckt das dann ein, zwei Tage später einfach wieder auseinander. Ja. Also ich glaube, da sind viele Gedanken und viele Ideen noch möglich und alles ein bisschen weiter auseinanderdehnbar hinsichtlich dieser Gedankengänge. Aber das ist so mein erster Gedanke. Hier natürlich, hier hätte auch abgerundet werden können, habe ich aber nicht dran gedacht. Wie gesagt, das war jetzt mein Gedankengang, das ist dabei rausgekommen. Könnte man natürlich alles noch schön formmäßig gleich machen. Das abrunden, wenn ich da reinfasse, dass es ein bisschen angenehmer ist. Ob das jetzt so viel hält hier, weiß ich nicht. Also in meiner Probeverbindung, ja, kann ich sagen, hält eine ganze Menge aus. Aber auf ein Bett übertragen, auf einen Stuhl übertragen, auf einen Tischquerriegel oder so, kann ich euch da keine Erfahrung geben, wie stabil diese Verbindung ist. Man könnte sie natürlich stabilisieren, indem man hier, weil da entstehen ja nun zwei Löcher, da noch zwei Keile reinklopft und das Ganze ist dann so stabil, dass es nicht mehr auseinander geht, weil dieser Keilmechanismus, den wir hier haben, ja noch weiter zusammengedrückt wird. Also es wird dafür gesorgt, dass es wirklich da bleibt. Ja, es ist eine Verbindung mit Klick. Klick, klick und sie ist drin und hält bombastisch, muss ich sagen. Was man da nun mit verbinden kann, war erstmal dahingestellt, aber den einen oder anderen wird sicherlich diese Verbindung in einer gewissen Situation vielleicht weiterhelfen. Ja, wer weiß. Wir machen sie heute einfach mal und jetzt im Multiplex. In Echtholz geht sie. Ich habe es ja gesehen und habe es ja auch selbst ausprobiert. Man muss ein bisschen umdenken bei dieser Verbindung. Ich habe nämlich hier auch einen Fehler gemacht. Hier habe ich mir auch Löcher angezeichnet, wie ihr seht. Die waren aber so breit, dass es zwar reingeht, aber es nicht zu dieser Kallwirkung kam. Ich habe die Löcher also zur falschen Seite breiter gemacht. Also null Kallwirkung. Sie muss also ein bisschen zurückstehen, damit die Löcher da wirklich... Ja, gut. Fangen wir an. Warum habe ich sie euch im Vorfeld schon gezeigt? Weil ich wollte sie erst an die Tafel malen, aber ich dachte, bevor es dazu zu Verständlichkeitsproblemen kommt, zeige ich sie euch gleich und dann seht ihr jetzt, wie ich dazu gekommen bin und wie man sie macht. Ich werde sie wahrscheinlich in dem Video etwas anders gestalten als diese hier, aber ich weiß es auch noch nicht genau. Es gibt also mehrere Möglichkeiten. Ich habe mir auch schon Gedanken gemacht, wie man die auf eine etwas breiteren Ebene verbinden kann als nur auf... Das sind jetzt 100 Millimeter, die wir hier haben. 100 Millimeter Verbindung, möchte ich sagen. Da geht es sehr gut und genial wäre es natürlich, wenn ich auch viel breitere Dinge mit verbinden kann. Vielleicht mit drei, vier solchen Zacken oder nur zwei und in der Mitte sind noch weitere Haltezacken, dass man auch mal ein Bettkasten damit zusammenstecken kann. Wenn man dann hier Keile noch zwischen klopft, ich glaube, dann ist das sehr stabil. Der Nachteil ist einfach bei der Verbindung, hier sieht es ja schön aus, aber hier hat man dann halt die offene Verbindung, die man so sieht. Wenn das natürlich in einer Flucht ist, was hier jetzt nicht ist, dann hätte man in diesem Rahmenbau am Ende immer so eine Ansicht. Ja, das wäre der Nachteil. Aber für Holzfreaks, die auch mal eine Verbindung deutlich darstellen wollen, vielleicht bei einem Tisch oder so, wenn man so die Tischplatte natürlich drauf macht, ist ja auch möglich, dass man auch wirklich mal sieht, wie wird die Tischplatte drauf gehalten. Ja, gut. Dann wollen wir mal loslegen. Ich werde mal gucken, ich habe noch immer ein bisschen Multiplex, da habe ich es schon hingestellt. Mein Multiplex, da steht es. Und zwar habe ich mir da schon einen Streifen rausgesucht. Multiplex muss ich noch kurz überschleifen, weil ich da mit Füßen drauf umgelaufen bin. Was haben wir hier? Was habe ich hier für eine Stärke? 16 mm Multiplex, Birke von Niert, glaube ich. Ja, sieht so aus. Und die werden wir jetzt dafür verwenden, für diese Verbindung, um sie mal im Plattenwerkstoff umzugestalten. Ich bin nämlich gespannt, ob am Plattenwerkstoff das Ganze auch so zusammenbiegbar ist oder ob das abbricht. Was ich nicht glaube, das ist nämlich an dem Plattenwerkstoff das Schöne. Es ist ja kreuzweise halt verklebt, verleimt und somit haben wir vielleicht noch eine bessere Stabilität als im Echtholz. Was ich mir aber vorstellen kann dabei, dass man das dann noch schlechter wieder zusammendrücken kann. Und da bin ich echt gespannt, wie sich da das Multiplex verhält. Aber das werden wir ja sehen zusammen. Und wir fangen einfach mal an, uns da eine schöne Verbindung zu zaubern. Ich schleife jetzt eben die Platte, damit sie schön sauber aussieht, werde mir sie auf Breite schneiden und dann gucken wir weiter, was daraus wird und wie das später harmoniert. Am Ende werdet ihr sicherlich eine andere Verbindung sehen als da, glaube ich. Zumindest mit Abrundung, ein bisschen schöner dargestellt. Und wo ich mir Gedanken gemacht habe, ich zeige es euch auch nochmal, damit ihr gleich wisst, warum ich sie vielleicht abende. Und zwar habe ich mir Gedanken gemacht hinsichtlich dem. Wir haben hier nur diese kleine Auflage. Wie abbruchsicher ist das hier? Bricht mir diese Nase vielleicht ab? Oder bricht mir da oben der kleine Keil ab da? Da traue ich nämlich der Multiplex, also dem anderen Plattenwerkstoff, ein bisschen mehr Haltekraft zu als bei Echtholz. Ich meine, das ist jetzt Kiefer hier, brauchen wir nicht drum reden. Das kann hier leichter wegplatzen als bei Buche oder Esche. Und darum möchte ich das gerne mal jetzt im Werkstoff Platte benutzen. Ich benutze ja sonst nicht diesen Werkstoff. Aber heute werde ich diese Verbindung mal daraus machen, um zu gucken, wie da unterschiedlich die Verbindung ist. Wie gesagt, es hängt ja hier auf, steht hier ja auf und hier hängt es nur an dieser kleinen Nase. Sicherlich kann man die Nase länger machen und auch ein bisschen steiler. Dadurch wird das Loch oben natürlich größer, wo es durch muss. Ist auch ganz klar. Aber man kann es ja auch von hier hinten nochmal verkeilen durch die Löcher, die da entstehen. Und von daher könnte das den einen oder anderen vielleicht interessieren. Ja, Verbindung mit Klick. Wollen wir mal gucken. Gut, dann schleife ich jetzt die Platte, schneide mir die auf den Streifen. Ich glaube, ich nehme auch wieder 100 Millimeter. Das ist ganz gutes Maß. Oder 120 Millimeter werde ich sie wahrscheinlich schneiden. Und dann zeichnen wir zusammen mal auf, wie ich das hier gemacht habe. Wenn man hier nämlich nicht aufpasst und sich versieht, dann ist ganz schnell irgendwo was falsch abgeschnitten. Ich weiß, wovon ich spreche. Und von daher machen wir das zusammen gleich. Jetzt habe ich hier meine beiden Multiplex Streifen, die wir jetzt verbinden wollen. Und die werde ich jetzt mit meiner Verbindung so mittig hier mal verbinden. Warum hier mittig? Ich möchte nachher mal gucken, wie hier die Hebelwirkung ist. Ob man da ein bisschen dann rumbrechen kann. Wenn es kaputt geht, geht es halt kaputt. Aber ich möchte auch gerne so ein bisschen testen, wie stabil ist diese Verbindung. Okay, fangen wir an. 16 Millimeter, meine ich, habe ich gemessen. Sind, ja, nicht ganz 16, mehr so 15, 15, 8 oder so sind nicht ganz 16 Millimeter. So, legen wir uns erstmal die Länge fest. Wie lang soll diese Verbindung werden? Hier nochmal die alte, der erste Gedanke von mir. Das habe ich da genommen für den Maß. Da habe ich genommen 150 Millimeter. Gehen wir mal auf 180 Millimeter jetzt. Einfach mal ein bisschen länger, um besser greifen zu können, weil das ist hier ein bisschen knapp, muss ich sagen. Versuchen wir es mal mit 180 Millimeter. So, 180 Millimeter. Feinen Bleistift benutzen, einmal einen dünnen Strich ziehen, zack. Da haben wir jetzt, das sieht eigentlich ganz gut aus. Dann habe ich mir überlegt, beim letzten Mal, dass die, die stehen bleiben, also diese Stücke, wo es einrastet, quadratisch sein soll. Das heißt, ich muss jetzt hier irgendwo 16 Millimeter markieren. Und hier habe ich auch 16 Millimeter, also einmal die Breite stehen gelassen. Das hier soll aber doppelt so lang werden, weil ich finde, an diesem kleinen Haken alles anzuhängen, ein bisschen zu knapp ist. So größer werden natürlich auch die Löcher und zum Einfädeln, umso weiter muss das Ganze auch zusammengespannt werden. Aber wir können im Nachhinein ja immer nochmal abschleifen und zwei neue Löcher stemmen, um zu gucken, was jetzt wirklich das ideale Maß ist. So, was brauchen wir noch? Das habe ich jetzt auf 120 Millimeter Breite gemacht. Jetzt gehe ich hier eben auf die Mitte, das ist hier bei 60 und da oben auch 60. Jetzt möchte ich hier gerne später mit einem 45er Forstner Bohrer mir die Rundung bohren, so wie da, damit es nachher ein bisschen natürlich sauber aussieht. Ja, nehme ich diesmal ein 45er, wir haben ja auch hier mehr Breite. Das zeichne ich mir auch noch im anderes Maß, dass ich da wirklich mit dem Forstner Bohrer nachher ansetzen kann. 60 Millimeter, das wäre dann da, da würde ich dann nachher mal einen Punkt suchen für den Forstner Bohrer, das wären also 22, und ein bisschen, das wäre also da wäre der Punkt für den Forstner Bohrer. Kann ich mir eben markieren, da müsste ich also nachher bohren. So, das heißt zugleich haben wir natürlich auch da, 22 rüber nach da, 22 wäre da, und 45 wäre dann da. So, passt das mit meinem Forstner Bohrer, ja, das ist gut, ja, und ja, gut, okay. Also da wäre jetzt mein Loch für den Forstner Bohrer, das habe ich schon mal festgelegt. Jetzt von da würde ich wieder meine 16 Millimeter nehmen für den ersten Zapfen, also für den ersten Langzapfen oder wie man es nennen möchte. Das wären dann also wieder meine 16 Millimeter, oder, ja, 16 Millimeter, die wären also da, und da nochmal, 16 Millimeter, da. Wie gesagt, alles nur mal so frei Schnauze, was habe ich hier für ein Maß, genau 2 Zentimeter, das ist gut, dann kann ich hier mal eben Längsstrich ziehen, das heißt, zack, 15 Millimeter weiter, bin ich bei 35, 35, 35, 35 wäre da, 35, dasselbe hier auch nochmal, 2 Zentimeter vom Rand weg, und dann 35 vom Rand weg, so, das wären also schon mal unsere langen Zapfen. Und jetzt müssen wir hier halt gucken, wie weit wollen wir da jetzt diesen Zapfen dran stehen lassen, ja. Ich habe hier, da der Zapfen ist genau so lang, wie das Werkstück breit ist, was da durchgesteckt wird, das hat sich bis jetzt eigentlich sehr gut bewährt, dann machen wir also auch hier erst mal 15 Millimeter wieder, 15 Millimeter, so, 15 Millimeter. Dann kommt die Plattenstärke selbst, zeichne ich mir mal so auf, wegen der Genauigkeit. Strich stehen lassen, das wäre also da. So, das heißt, das muss weg, das muss weg, und wie breit mache ich jetzt den Zapfen insgesamt, habe ich gerade gesagt, das Doppelte, das heißt, 3 Zentimeter, da wäre also die Kante, und dann müsste der so ein bisschen schräg weglaufen, und auch da in 3 Zentimeter, wäre dann da, und da müsste es jetzt schräg weglaufen. Ja, dann habe ich hier auch, werdet ihr wahrscheinlich jetzt gerade nicht verstehen, was ich meine, aber werdet ihr sehen. Dann hole ich mir mal kurz meine Schmiege raus, mache jetzt einfach mal so ein Winkel Pi mal Daumen, da kommt es ja nun nicht so drauf an, machen wir da schräg, das Zelt übertragen wir uns einmal hier, könnt ihr jetzt gerade nicht sehen, Moment, da auch schräg rüber. So, so sieht es jetzt also aus. Das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg, das da drinnen kommt weg, und hier eigentlich auch, aber da möchte ich ja, dass das ein bisschen schöner aussieht. Ich muss ja hier wieder mein Konter sitzen lassen, hier meine Konter-Ecke, so wie da. Entweder mache ich das so, oder ich habe überlegt, ich lasse das ganze Holz drin, aber dann kann ich das schlecht wieder auseinander nehmen, weil ich das dann nicht mehr so flexibel zusammendrücken kann. Das wäre jetzt die Frage. Wenn ich hier natürlich jetzt eine schöne Rundung setze, und da auch eine schöne Rundung setze, das mit der Oberfräse nachher schön ausfräse, dann sieht das sicherlich gar nicht mal so schlecht aus. Ihr könnt hoffentlich meinen Gedanken folgen gerade. Habe ich dann irgendwie einen kleinen Kreis, was nehme ich denn da? Wenn ich jetzt hier auch erstmal wieder zwei Zentimeter stehen lasse, bevor ich überhaupt irgendwas mache, bei Multiplex sollte das gehen. So, dann wären wir da, dann wären wir da. So. So. Gut. Das ist also mein Konter. Ich such mal kurz weiß. Das ist doch... Irgendwas kleines, rundes. Hier vielleicht mein Mischdöschen. Wenn ich das jetzt hier so rund mache, da irgendwie so, und da irgendwie so, und dasselbe hier auch nochmal, dann sieht es ein bisschen stimmiger aus. Also so. Also das kommt dann auch weg. Das kommt dann auch weg. So haben wir hier unser kleines Konterprofil. Hier kann man aber besser reinfassen. Hier wird es rund durch den 45er Bohrer. Und so müsste es dann passen. Also das wäre jetzt so mein erstes Stück, was ich jetzt also bearbeiten würde. Ich würde als erstes natürlich erstmal hier mit dem Forstner das Loch bohren, damit wir da schon mal das erste haben. Dann kann ich mit der Bandsäge hier schon mal reinschneiden. Und dann habe ich das Stück schon mal raus. Das wird der erste Schritt sein. Dann werde ich das hier rausschneiden. Das werde ich aber an der Kreissäge machen. Also so. Damit es genau wird. Damit das nachher hier nicht drin wackelt. Ja. Hier habe ich das nämlich mit der Bandsäge gemacht. Und da ist das dann nicht ganz so sauber und gerade geschnitten. Darum werde ich das mit der Kreissäge aufschneiden. Und dann werde ich hier wieder mit der Bandsäge arbeiten. Das rausschneiden. Das werde ich jetzt erstmal machen. Dass wir das schon mal haben. Hier sieht es dann sehr eckig aus. Das ist gar nicht mal so schlecht. Weil wenn dann das Stück hochkant steht, hat es hier in der Ecke zumindest wieder einen vernünftigen Abschluss. Ja. Das wird also jetzt erstmal das sein, was ich mache. 45er Forstner eben bohren. Das rausschneiden. Das rausschneiden. Damit haben wir eigentlich schon unseren Rohling fertig. Dann hoffe ich natürlich hier, dass das auch von dem Material reicht. Auch wegen dem Zusammendrücken. Dass wir das so machen können. Sonst kann man ja wieder an der Länge variieren. Umso kürzer ich wieder werde, umso steifer wird das Ganze. Und es wird dann auch wieder schwieriger, aber auch automatisch wieder stabiler. Also das ist jetzt das, was man so rauskriegen muss an Länge. Was ist denn hier möglich? Wir versuchen es einfach mal hier mit. Mit dieser Länge. Mit 150 geht das gut in Echtholz. Nun weiß ich nicht, wie sich Multiplex verhalten wird. Das werden wir gleich sehen. Das werden wir gleich sehen. So, das war der erste Streich. Ihr habt also gesehen, ich habe erstmal das Loch gebohrt, das 45er und habe jetzt dazwischen das Ganze rausgeschnitten, habe jetzt hier eine schöne Rundung mit drin. Dann sieht das Ganze auch ein bisschen fürs Auge gut aus, muss man ja sagen. So eine Verbindung soll ja auch ein bisschen vernünftig wirken. Jetzt werde ich an der Kreissäge, bevor ich die Stabilität, aber das ist schon sehr schwierig zusammenzudrücken, ich glaube das ist schon fast zu viel. Wir gucken mal. Und die Nasen werden vielleicht auch zu viel sein, aber das können wir ja immer noch dementsprechend kürzen hier. Jetzt werde ich erstmal an der Kreissäge diese beiden rausschneiden, hier da wo nachher das Gegenstück reinrasten soll. Das werde ich jetzt schön sauber an der Kreissäge schneiden. Dann brauche ich nachher auch nichts nachstemmen oder wegstemmen und ich habe einen sauberen rechtwinkligen Schnitt. Mit der Bandsäge geht es sicherlich auch. Wer sehr gut mit der Bandsäge schneiden kann und sehr ruhig schneiden kann, kann sicherlich auch so sauber oder mit dem Anschlag, den ich jetzt nicht habe, das sauber rausschneiden. Ich habe mich für die Kreissäge entschieden, machen wir eben schnell. So, ausgeschnitten mit der Kreissäge, da habe ich jetzt die beiden Dinger rausgeschnitten. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus und jetzt geht es halt weiter mit den Rundungen hier. Jetzt ist das so, also das würde ich niemals zusammengedrückt kriegen, so funktioniert das nicht. Erst war ich am überlegen, jetzt könnte ich quasi hier mit der Bandsäge rein, das hier komplett bis dahin runterschneiden, einfach gerade lassen und da auch. Dann könnte ich das Ganze zwar zusammenklippen, aber ich könnte es nicht wieder zusammendrücken, auseinandernehmen, also werde ich das wohl wegnehmen müssen. Ich bin gespannt, ich schätze mal, das wird noch so stabil sein, dass ich das gar nicht zusammengedrückt kriege und bei dem Ganzen noch etwas mehr an Länge machen muss. Also, dass ich wahrscheinlich das hier dann noch länger schneiden muss. Lass mal mal gucken, wie sich das verhält. Ja, was mache ich jetzt? Nächster Schritt, rausschneiden, rausschneiden, hier schräg abschneiden, dann ist das erste Stück eigentlich schon fertig soweit. Ja, das habe ich also auch ausgeschnitten jetzt hier und schon ein bisschen rund geschliffen das Ganze. Jetzt ist das Ganze auch schon ein bisschen besser zusammendrückbar. Und jetzt mache ich also hier jetzt schon mal die Kanten dran und dann ist eigentlich das erste Stück schon fertig. Sieht ganz gut aus, werde ich mit der Oberfräse hier noch schön rund fräsen, also auch schön mit der Hand da reingreifen kann. Und ich würde sagen, es ist sehr stabil, es knackt nicht, also es kann schon Druck ab. Das muss es auch und von daher wollen wir mal hoffen, dass es alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Also so, das erste Stück ist fertig, jetzt kommen hier halt die Kanten rein, damit das schön einrastet und dann schauen wir mal weiter. Ich glaube, das werde ich doch noch ein bisschen kürzen, das ist sehr viel. Ich werde da vielleicht die Hälfte nochmal nehmen. Das wirkt mir doch ein bisschen sehr tief, wo er dann einrasten muss. Umso größer müssen die Löcher ja auch werden, wo es einrasten muss. Die müssen dann doppelt so groß werden. Und um das zu vermeiden, werde ich da wahrscheinlich nochmal ein bisschen mehr wegnehmen. Kommen wir jetzt zu dem Aufzeichnen des Gegenstückes. Auch hier wieder keine allzu große Kunst, so habe ich da mal einen Bleistift gelassen. Wir suchen uns erstmal einen Punkt, wo die Verbindung natürlich greifen soll. Das ist also, der ist zu kurz immer noch, der Hoffmann, der wird auch nicht länger. Manchmal wohl, aber in diesem Fall nicht. Dann haben wir hier wieder unseren Strich. Jetzt haben wir also diese Breite wieder von der eigentlichen Materialstärke, die wir hier uns wieder übertragen. Ja, da ist er. Und jetzt müssen wir halt sehen, wo die Löcher rein müssen. Jetzt können wir uns da das Ding hinlegen, da wo er nachher sitzen soll. So soll er ja sitzen. Das heißt, wir haben jetzt hier unsere eigentliche Lochmaße. Ja, da muss also das Loch hin. Wir müssen jetzt nur beachten, wir müssen das Ganze ja zusammendrücken, um das da reinzukriegen. Das heißt, das, was wir zusammendrücken müssen, das heißt, diese Nase muss jetzt da noch mit dazu. Und da sehe ich schon, das wird knapp in meinem Fall. Da haben wir die Nase. Die muss da noch da mit bei. Das heißt, bis da. Und hier ist es dann die Nase nur. Auch noch dabei muss. Die geht dann bis da. Das heißt, wir müssen jetzt ein Loch stemmen. Wo ist mein Geodreieck? Mein Geodreieck habe ich schon wieder weggehangen. Was von da bis da geht. So, ein bisschen rechtwinklig natürlich. Von da bis da. Da ist ja unser Ursprung. Also das hier muss da weg. Wir müssen also nach innen natürlich größer werden. Nicht nach außen. Also außen muss das Maß einfach bleiben. Da hakt er ja hinter. Um das da rein zu kriegen, müssen wir natürlich dieses ganze Stück zusammendrücken. Ich glaube, das wird ganz schwer, weil sich das nicht ganz so einfach zusammendrücken lässt. Vielleicht hätte der Schenkel noch länger sein müssen. Aber wir probieren es jetzt mal so, bevor ich da zu viel wegnehme und es nachher dann zu lasch wird. Also das muss raus. Das werde ich jetzt mit meiner Stemmmaschine machen. Werde also diese beiden Löcher raufstemmen und werde dann hoffentlich das Ganze hier so einführen können, dass es dann da festhakt. So soll es nachher sein. Hier natürlich bündig. Und hier haben wir dann unsere Löcher. Nochmal überdenken, ob alles stimmt. Das heißt, ich drücke das so zusammen hier. Ja, gut. Das ist jetzt der nächste Auftrag. Den werde ich jetzt an meiner Stemmmaschine erledigen. Die beiden Löcher raus und dann sind wir eigentlich schon fertig. Opferholz drunter. Und dann kann ich das so stemmen. Das mache ich jetzt. Nächster Schritt. Löcher rein und dann sehen wir uns gleich wieder. Und gucken, wie es dann weitergeht. Löcher sind drin. Hier haben wir sie jetzt. Nun müsste quasi alles zusammen steckbar sein. Wir haben also hier jetzt die Verbindung, die, wenn sie eingerastet ist, passen sollte von den Löchern. Das tut sie, soweit ich das sehen kann. Und jetzt müsste man das Ganze so weit zusammendrücken, dass es da reingeht. Und das wollen wir mal versuchen. Ja, also ist schon. Man kann es bis dahin zusammendrücken. Das geht. Aber man braucht schon sehr viel Gewalt. Ja, was ich glaube ich erst machen werde. Ich werde erstmal hier die Rundung nochmal abfräsen, damit ich das vernünftig zusammendrücken kann. Um da einfach ein besseres Gefühl beizuhaben. Das werde ich jetzt nochmal machen und dann stecken wir es gleich mal zusammen. So sieht es jetzt aus. Ich habe es jetzt abgerundet schön, damit man es gut anfassen kann. Und ja, was soll ich sagen. Es war vielleicht ein bisschen zu knapp bemessen hier. Ich hatte ja nur 16 mal 16. Jetzt mit der Rundung kann man das schön leicht zusammendrücken. Aber vorhin hat es knack gemacht. Ja, also das ist schon ein bisschen knapp, muss ich sagen. Das müsste dann ein bisschen breiter werden. So, ich habe ja damit gehofft, so ein bisschen den Anpressdruck dosieren können. Vielleicht nur hier abrunden. Das war auch noch ziemlich stramm. Habe mich dann dafür entschieden, innen auch noch abzurunden. Und da war es auch wirklich leichter. Zusammenstecken das erste Mal hat auch super geklappt. Ja, hier haben wir also unsere Löcher dazu. Wenn man das jetzt da reinsteckt, das funktioniert auch alles gut. Ja, ist kein Problem. Hier sucht sich das Ganze wieder seinen Weg. Aber sobald man, werdet ihr wahrscheinlich gleich nochmal hören. Ich habe es versucht zu kleben. Aber, habt ihr es gehört? Knack. Da hat es leider den einen Arm verabschiedet. Und von daher war das zu gering gewählt. Der eine ist mir hier, da könnt ihr es sehen, ich zeige es euch gleich, hier weggeknackt. Genau natürlich hier an dem Punkt, wo die Rundung ist. Wo der meiste Druck aufkommt beim Zusammendrücken. Also hier, man muss ihn ja zusammendrücken und da ist er mir leider weggebrochen. Das hat er nicht gehalten. Aber, ich möchte behaupten, wenn man das etwas dicker macht, dicker hält, die Flanken, oder ich hätte von innen nicht abrunden dürfen, dann wäre das sicherlich gegangen. Also es ist ja fest, es steckt ja auch hier wirklich parallel drin. So wie ihr es sehen könnt, hier sitzt er ja in dem Loch drin. Das sind die Löcher, um das Ganze zusammenzudrücken, wo man zu Noten Keil reinschlagen kann. Wir haben hier eine bündige Verbindung. Da, ja, jetzt nicht, das ist der abgebrochene, aber hier, der nicht abgebrochen ist, seht ihr, ist da bündig. Und von daher, glaube ich, ist die Verbindung nicht schlecht. Hier hat es ein bisschen zu viel Spiel, bin ich ganz ehrlich. Auf der einen Seite habe ich zu viel weggenommen. Das eine, was mich halt nervt, ist, dass er jetzt weggeknackt ist. Das hätte vielleicht von innen nicht abgerundet werden dürfen, um ein bisschen mehr Gegenhalt zu haben und um mehr Material zu haben. Aber da habe ich ja gesagt, da weiß ich nicht, wie sich das hier in diesem Material verhält. Und leider habe ich da zu viel weggenommen. Da ist es also dann weggebrochen. Hier könnt ihr es sehen, da hat er leider Klappmann gemacht. So lässt sich das gut anfassen. Also auch die Maße für meine große Hand sind gut. Und wenn ich das von innen wahrscheinlich nicht abgerundet hätte, wäre das auch nicht weggebrochen jetzt. Ja, da muss man halt so ein Mittelmaß finden, was da geht. Dann tendiere ich lieber zu meinem Musterstück, was ich ja schon gezeigt habe hier, aus Echtholz, ungeschliffen, ohne alles. Und da habe ich sogar bis hier unten weggeschnitten, ja, und nicht schön abgerundet. Dann wäre es wahrscheinlich auch noch formstabiler. Da, das kriege ich nicht durchgebrochen. Das ist Kiefer und das kriege ich nicht abgebrochen. Da muss ich eher dazu tendieren, dass das eher eine Verbindung ist für Echtholz als für so einen Plattenwerkstoff. Da müsste man natürlich gucken, hier klackt es schön ein. Ihr seht schon, die Holzspannung geht sofort zurück. Es sitzt schön stramm. Das ist das Muster sogar fast noch besser als das, was ich jetzt im Video gemacht habe, muss ich sagen. Hängt schön stabil fest. Ich kann das ohne Probleme zusammendrücken, ohne dass da was abbricht. Ihr seht schon, ich kann das wirklich gut zusammendrücken. Also da kann ich eher nur dazu sagen, dass diese Verbindung in Echtholz wirklich stabiler ist, weil das Holz einfach, sind Fasern, die sind einfach beweglicher. Die einzelnen Zellen sind einfach, die können das besser ab, ja. Muss ich wirklich sagen. Ihr hört es richtig einklacken. Ihr hört es richtig, wo es aufeinander geht. Es wird ja hier durch diese Pfeilabschrägung, möchte ich sagen, durch diese Schmiege, wird es ja wirklich dazu gebracht, da rein zu drücken. Und dass es wirklich schön reinschnellt. Und wenn es dann sitzt, einrastet. Also kann ich nur sagen, Echtholz, Kiefer jetzt, haben wir hier ein Maß von 150 Millimeter. Hier habe ich 30 dazwischen. Hier ist es quadratisch zu der eigentlichen Materialstärke. Und ich muss sagen, das geht besser. Und ich habe an dem Ding ja gestern und schon ein paar Mal, und habe das den Nachbarn schon gezeigt, was er davon hält und so, tausendmal hin und her und auseinandergenommen. Und es hält immer wieder und es klackt wieder schön ein und geht in seinen Ursprung zurück. Ist schön auseinander. Die Stimmengabel möchte ich es jetzt mal nennen. Und hier bei dem Plattenmaterial hat es leider gleich nach dem Abrunden versagt und ist mir da weggebrochen. Genau hier, wo die Rundung ansetzt, ist es weggebrochen. Da ist es dann wohl materialtechnisch eher eine Verbindung für Echtholz, muss ich sagen. Dann kommt es natürlich darauf an, was nehmt ihr für Holz? Das ist ja nur Kiefer, was ich hier habe. Wenn man da Buche, Eiche, was anderes nimmt, ein Hartholz, könnte es sein, dass man da jetzt zwar nichts kaputt bricht, aber dass es da das Ganze ein bisschen steifer wird, dieser Mechanismus. Ja, was soll ich sagen? Es ist eine schöne Verbindung. Ja, eine schöne Verbindung. Wie gesagt, sie hat ihre Tücken. Man muss erstmal so die ganzen Maße festlegen und vielleicht auch mal ein, zwei Mal versuchen, was jetzt das beste Maß ist, damit es stabil ist und auch wirklich funktioniert. Wie gesagt, Plattenwerkstoff kann ich nicht empfehlen. Also bis jetzt, was ich zumindest hier versucht habe, vielleicht hätte ich es nicht abrunden dürfen. Da ist er jetzt weggeknickt. Aber sonst finde ich, sieht sie schon sehr spaßig aus. Ja, so wie so eine Stimmengabel. Die Stimmengabelverbindung kann man ja fast sagen, weil sie klappt ja auch so schön rein. Sie gibt ja auch noch einen Ton von sich. Ja, also so eine schöne Stimmengabelverbindung. Hier jetzt natürlich nur einfach ausgeschnitten, nicht großartig mit Rundung verziert. Aber ich muss sagen, in dem Echtholz geht es einfach besser. Ja, und trotz dieser kleinen Nase ist es echt wirklich eine Verbindung mit Klick. Ja. Und es sitzt. Ja. Es springt sofort zurück, geht auseinander und es sitzt wieder fest drin. Ja. Löcher. Und einfach wieder zusammenstecken. Wie gesagt. Und wenn man das paar Mal eingesteckt hat, fädelt sich das besser ein und klackt auch schön zusammen und hält. Ja. Wie gesagt, gegebenenfalls kann man ja hier auch nochmal zwei Keile reinmachen, die dafür sorgen, dass die, ja ich nenne mal Klemmengabel oder Stimmengabel auch wirklich auseinander bleibt. Wenn man es dann nimmt, nimmt man die Keile wieder raus, drückt einfach mit zwei Händen das Ganze zusammen und nehmt. Also hier kann ich es wirklich nicht kaputt machen. Also da bringt nichts durch. Ich kann zwar nicht zusammendrücken, so viel Gewalt habe ich nicht. Ne. Also es bleibt heile, ja. Also es ist eher eine Verbindung für Echtholz, muss ich sagen. Hier bei Kiefer jetzt, und das ist nur 12 mal 12, glaube ich. Mal 12 mal 12er Steg. Nicht abgerundet, ja. 12 mal 12 ist hier der Steg. Nicht abgerundet, ist es wirklich formstabil. Wenn natürlich hier irgendwo ein Ast ist in dem Bereich, da muss man aufpassen, dann wird es wahrscheinlich brechen. Also da muss man bei Echtholz wieder aufpassen, dass da kein Ast liegt. Aber hier, ne, kriege ich nicht kaputt gebrochen. Und, ihr müsst gucken, das war ja bloß ein Muster. Hier habe ich reingebohrt, hier ist es schon ein bisschen von der Stabilität wirklich massiv beeinflusst. Hier auch nochmal, und ich kann es trotzdem nicht abbrechen. Vielleicht, mal gucken, ob es bricht, wenn ich da mit einer Schraubzwinge beigehe. Ob man das überhaupt zum Brechen kriegt, wenn man das zusammendrückt, jetzt im Echtholz. Mal gucken. Ja, jetzt, ja. Also dann bricht es auch hier unten, wenn man wirklich mit Gewalt, also mit einer Schraubzwinge dabei geht. Dann gibt es hier unten auch nach. Dann muss ich aber wieder sagen, wo es ab nachgegeben hat, guckt es euch an. Hier unten, genau da unten, da ist es jetzt weggebrochen, da. Da, genau unten an der Ecke. Wenn ich das jetzt rund gemacht hätte, wäre vielleicht die Spannung noch wieder ein bisschen anders verteilt gewesen. Also ihr seht schon, diese Verbindung ist eher was für Echtholz, möchte ich behaupten. Und es hat auch Spaß gemacht, sie zu machen. Und ist eigentlich auch gar nicht so der Aufwand, ne. Muss bloß mal kurz drüber nachdenken. Mit den Löchern ist das heute das Schwierigste. Ja, das soll es gewesen sein. Die besondere Verbindung, die Klickverbindung. Einmal in Echtholz und einmal im Plattenmaterial. Hier jetzt Multiplex und da hat es also als erstes versagt. Ja, auch hier an der Stelle muss ich sagen. Da ist es halt weggebrochen. Und ja, so ist es halt. Aber in Echtholz kann sie eine Menge ab. Diesen Druck geht gut. Man kann den Druck natürlich auch hier oben variieren. Umso kleiner ich hier diese Keile mache, umso weniger muss ich natürlich zusammendrücken. Ja. Wer es nachbauen will, versucht es gerne. Vielleicht ist einer noch ein bisschen schlauer und kann das vielleicht sogar mathematisch auch von dem Druck ausrechnen, wo wir ungefähr da sein müssen. Von daher war es ja nur ein Probestück. Da lag ich mit 150 mm gar nicht mal so schlecht. Für die Hand, um das angenehmer zu machen, habe ich es halt länger gemacht auf 180. Vielleicht war auch da schon der Fehler, dass ich es nicht so lang hätte machen dürfen. Oder hätte länger gemusst, damit der Druck oder der Druckpunkt gerade nicht hier landet. Ja. Was bleibt mir zu sagen? Ich hoffe, euch hat es gefallen, das Video mal wieder eine Verbindung zu sehen. Auf eine andere Art und Weise. Oh, jetzt merke ich aber gerade hier. Hier habe ich das mit diesem Ritzmesser angeritzt. Da unten. Da habe ich das mit diesem Diktum Ritzmesser. Genau da hat es weggebrochen. Vielleicht habe ich damit einfach ein bisschen eine Bruchkante produziert. So eine Sollbruchstelle. Aber ich glaube nicht. Ihr habt es ja gesehen, mit Hand kriegt man nichts zerbrochen. So viel Gewalt kann man gar nicht aufbringen. Also ich zumindest nicht. Und ich meine, ich habe schon Gewalt in der Hand. Und wenn ich das zwinge, dann macht es natürlich knack. Okay. Ja. Ich danke fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Video. Vielleicht baut der ein oder andere es ja nach und macht sich ein paar Gedanken, wie man das Ganze noch ein bisschen stabiler hinbekommt. Ich habe erst darüber nachgedacht. Das war ja dann auch nochmal so ein Gedanke von mir. Man klingt das hier alles aus. Schneidet hier mit der Stichsäge, mit der Stichsäge, Bandsäge rein. Und lässt das aber alles hier stehen. Ja, das bleibt alles stehen. Man schneidet hier eigentlich nur rein. Und schneidet da rein. So könnte ich dann diese beiden, ja diese Stimmgabel nur die innere zusammendrücken. Und ich hätte hier noch weiterhin ein durchgehendes Stück Holz. Das würde auch gehen. Nachteil ist beim Auseinandernehmen, dass man nirgendwo drücken kann. Ja, weil man da nicht drücken kann, weil hier die Querstäbe dann noch stehen. Da müsste man also hier jetzt irgendwie drücken dann, um das wieder auseinander zu kriegen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Vielmehr gerade noch ein, wie ich das ausgeschnitten habe. Um hier noch ein bisschen mehr Druck haben zu können. Ich hätte ja erst das ausklingen können. Dann mit der Bandsäge hier rein, reinschneiden. Und hätte dann hier auch mein ganzes Stück stehen gehabt. Das wäre auch gegangen. Bloß beim wieder auseinandernehmen. Das wäre also so eine Geschichte für einmal zusammen. Klack. Aber so schnell nicht wieder auseinandernehmen. Weil ich hier nicht drücken kann. Ja. Aber es wäre auch noch eine Möglichkeit. Oder man müsste sich fast überlegen, dass man dann hier das Ganze vielleicht ein bisschen länger macht. Und dann von hier das Ganze zusammendrückt. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Dann hat man aber hier so einen etwas langen, so einen langen, spitzen Zapfen. Der bricht dann hier oben wahrscheinlich irgendwann ab, wenn ich da Druck drauf bringe. Ja. War ja einfach mal nur eine Idee. Und gar nicht so schlecht, finde ich. Na, wieder ein bisschen Bastelstunde und den Grips benutzen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht hat der eine oder andere noch eine andere Idee. Setzt das vielleicht noch ein bisschen anders um. Die Stimmgabel. Die Hoffmännische Stimmgabel. So nenne ich sie. Die Hoffmännische Stimmgabel. Die Hoffmännische Stimmgabel. Weil sie klackt ja auch ein, wenn sie da richtig einrastet. Also sie macht ja auch Musik. Die Verbindung, ne? Habt ihr es gehört? Da ist sie. Selbst jetzt, wo sie gebrochen ist, ist sie noch recht stramm, muss ich sagen. Also Holz kann einfach mehr ab. Wenn da auch mal so die Hälfte der Fasern abbricht, sind die anderen ja noch da. Also die Holzzellen, ja. Das ist ja dann noch nicht gleich ganz zerstört. Bei so einem Plattenwerkstoff ist es dann schon wieder schwierig. Wenn der natürlich bricht, das sind alles verleimte, übereinandergelegte Platten, möchte ich sagen, in verschiedenen Faserrichtungen. Darum wundert es mich, dass es gebrochen ist. Aber es ist halt auch nur ein Plattenwerkstoff, muss man einfach so sagen. Er ist einfach unflexibel. Und daher ist das im Plattenwerkstoff wahrscheinlich nicht so gut. Ja, die Stimmgabelverbindung ist also nur was für Echtholz. Das haben wir also festgestellt, sind wir wieder etwas schlauer. Ihr habt eine Verbindung gelernt, die man vielleicht so machen kann. Wenn man sie ein bisschen ausklüngelt, könnte das vielleicht sogar eine schöne Alternative sein für eine Verbindung, die man öfter lösen muss und wieder zusammenstecken kann, muss, wie auch immer. Ja, mir hat es Spaß gemacht und wir sehen uns das nächste Mal wieder auf meinem Kanal. Natürlich küssen heute und nicht vergessen, abschalten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.